Das sieht ja keiner Andere Seiten laufen Jawoll Blitzkäfer Ja wirklich Alle Fährmärkte Forward Jetzt wollen Andere gewischt Lästig Aggressiv sind die Fähigkeiten Was siehst du alles mit den Andere Ocker da immer? Schau, jetzt erwischt der mich, Alter Ich bin narisch Der macht besser wie so Deppert Ja, besser auf der Gift Dass der immer da dazukommen muss So Und ich muss So Der andere Punkt Oh wei wei Scheiß dich an Ja Wagelt mich links rechts Ja, du komisch Nö Weg Weg Ja, ich bewege dich doch Meine Güte Alter Das wei wei Meine Spuckkäfer Ich kann mal anfälzen Aber der Andere ist ja schon angeschlagen So Rationen in die Pfeifen Da haben wir alles gewischt jetzt schon Eieieieieieieieiei Mega Trank Pass, den habe ich wieder voll Aber der andere Trank wird knapp Ja, ja Ja, wo sind denn die jetzt? Ja, ich glaube der Rater los geht Der kuschelt schon wieder miteinander Da oben Schockfalle hat er aufgestellt da Ah, fertig, schau Haben wir ihn gefunden jetzt oder was? Ja, gescheinert Aber du kriegst mehr Sachen ja nachher nicht? Ja das ist mir wurscht. Das ist so uninteressant. Ich wollte ihn nicht fangen. Gruppe auflösen? Nein. Das Lager zurück steht da. Keine Ahnung. Wir wollten ihn ja ausnehmen. Ja das wird nicht funktionieren wenn wir ihn fangen oder nicht? Was hab ich jetzt gekriegt? Schuppe. Gewebe. Gewebe. Rückenmark. Panzer. 2700. Da oben hab ich auch noch einen Panzer gekriegt. Weil ich viel gekriegt. Flügelkralle. Panzer. Klammenbeutel. Schuppe. Flügelkralle. Da kann ich auch nix basteln. Bumpen. Gutscheinbonus. Damit der Rich ja Geld kriegt. Ich hab nur 2700 gekriegt. Nicht? 5400? Nein. Bei mir steht Belands schon 2700 und daneben 5400. Okay. Und dann steht Ohnmacht 0. Gruppengröße 4. Warte mal. Quest aufbaut. Zielzerstörer, Alter. Und Schatzsammler. Objektsüchtig. Der Rich. Ein Giftler. Ein Giftler. Da. Ich müsste ausstehen da. Rückkehren. Du kannst deine Ernte einhalten. Warte die Ernte ein. Warte die Ernte ein. Jetzt schau ich mal was ich überhaupt krieg für den komischen. Ich möchte nämlich die Ausrüstung gern von ihrem Hummel. Die scheint gut zu sein. So. Das ist meine Kugel da. Schau mal was ich heute ausstehen kann. Und so wird das Teuer nehm ich, ne? Ja. So. Das glaube ich. Versuchungen. Lager. Kein Likes gefunden. Kann man da irgendwie was verbessern? Nein. Obstentechnisch weiter. Kleine Monster töten. Ja, das nehme ich mit. Okay. Dann Ausrüstung Schmieden. Ach. Ausrüstung. Der Botaniker. Rattaros jetzt. Schau. Jetzt kann ich eigentlich alles machen, aber wahrscheinlich nicht. Es geht nicht. Wahrscheinlich wird es jetzt nicht ausgehen alles. Aber ich mach einmal. Ich fang einmal an. Ich bleibe bei Botaniker. Du hast Eintracht. Drachentot. Bäre. Ich fahr weg. Wir schleunigern. Dann haben wir요. Ist das schon ein schleuniger? Dann zur Schmiede. Die armen Schienen, das kann ich auch nehmen. Der war schon. Ooi. Ooi ooi. Der lacht schon aus, wenn ich komme. Wenn ich zu einem und dem anderen rumlaufe. Der war schon. Bescheid. So, die Hüftring kann ich auch machen. Aber dann kann ich die Beinschienen haben. Ich hab kein Gold dafür. Panzer brauche ich noch einige Male. Panzerschuppe habe ich sechs. Panzer habe ich sieben Stück. Naja. Drei Teile kriege ich noch zusammen bis jetzt. Naja, ich hätte zwei zum kriegen. Ich hab zu wenig Knädel. Naja, ich hab drei Teile. Jetzt füllen wir noch die Schienen und der Helm. Jetzt schaut das im Kompletten aus. Naja, es geht. Naja, wir sind noch hunderttausend Male Male. Das Gyros Set, das schaut gut aus. Gyros? Gyros. So weit bist du noch. Achso, das ist ja der. Jawohl, den hab ich noch. Ja, das schaut gut aus. Das ist ja der. Die Eidechse da. Ja, der Kopf hat geil als der Rabenkopf. Ne. Aber es hat schon nicht unbedingt die besten Sachen. Aber ich find das roh, das Gestanksset geil. Das hab ich nicht. Was musst du so machen? Ja, dann musst du schauen bei meinem Kanal. Nein, das ist echt ohr. Das schaut echt ohr aus. Du brauchst finsteres Tuch, Korallenknochen, Monsterknochen Plus und Dichtkristall. Finsteres Tuch weiß ich nicht, wenn man das fertig macht. Ja, eben. Das musst du gefunden haben, oder? Ja, ich glaub, das haben wir die Dinger gebracht. Das ist seit Freischautes wahrscheinlich, oder? Hm? Das haben wir die Dinger gebracht, die kosten. Das ist eine Safari. Ja. Die müsst ihr jetzt, siehst du? Ja, schicken. Wo ist denn da? Wie haben wir das da ersetzt? Wo waren die schnell? Ohhhh. In deinem Raum drinnen kannst du das machen. In deinem Raum. Weil ich geh jetzt auch schauen, weil ich hab... Wie weit die schon sind, oder ob sie auch... Vielleicht hab ich's überlegt. Hast du schon einen privaten Raum, großen? Ja, ja. Mit dem Aquarium, nicht? Ja. Wie kann man der Fünf... Ah, der Fünf? Ja. Schnulltruppservarte. Ah, die sind noch unterwegs. Die haben noch drei gewesen. Machen wir bim, bim. Ich bin die Fünfer. Die müssen auch arbeiten. Abenteurer von Schrenzen. Schnuppertrupp. Der Schnuppertruppertruppert. Ohohohohohohoho. Aui oi. Sö, ja, blöd. Der Bart will bei seinen Staaten. Ach so, die sind zurückgekommen. Okay. Bei mir noch nicht. Bei mir sind sie nur unterwegs. Alles nehmen. Du kannst es nicht nehmen. Okay. Blasen. Da ist der Sven dabei. Oh ja. Herbert, ist er da? Hahaha. Perfekt, vor allem. Dann nimm ich dein Herbert einmal mit. Naja, nimm mal mehr. Oh, war das ein Korall-Dings da? Ich weiß es nicht. Kann sein, ne? Ich war zuerst uralter Wald, überall. Ich glaube, das ist eher ein Tal der Verwesung, glaube ich. Das kann leicht sein. Ah, so krieg ich Maxi-Trank, ok. Maxi musst du. Aber du kannst, glaube ich, nur ein Ding nehmen. Einen mitnehmen. Weißt? Ja. Ich hab aber zwei hergestellt. So. Deine Partie. So. Was hat er denn noch für mich da? Haus. Meister da. Grause. Lebensbulver. Das Lebensbulver, das klingt ja auch nicht schlecht. Dringensbereich. Austiere platzieren. Wo soll man da schnell was am Boden? Ein Schäferhase. Ok. Gopeltfaschel. Flatterling. Schmetterling. Wickegeier. Glücksschnabel. Omen. Omen. So. Einige Viecher schon gefangen, ne? So. Dann Töpfe. Was haben wir da? Haben wir eine Schmetterlinge ein? Ein Baum. Ok. Ok. Decke. Gar nichts rein. Ok. Was haben wir da? Also da kann ich meine Fische rein. Cool. Gefangen hab. Golden Fisch. Großer Golden Fisch. Großer Golden Fisch. Und Sushi Fisch. Hab ja. Ja. Aquarium. Da kann man auch eine, ja? Ja Gott. Äh. Komm. Dummfisch. So. Große Fische. Dummfisch ist groß, ne? Ja. Schießpulver. Schießpulver. Fisch. Ham und Dummfisch eigentlich. Raum wechseln. Luxusraum. Irgendein Luxusraum. So ein Luxusraum. Ja. Uh. Das ist ein schönes Upgrade. Mit einem Garten hinten. Ja. Bist du Navi schätzt. Jetzt ist es vorbei. Mit Hafe. Großen Spuren bei mir Hafe. Jetzt ist es vorbei. Ey. Ich bin fertig. Ich hab durchgespult. Wir wollen. Eie. Haben wir das schönes. Bibliothek haben wir da. Hier ist die Küche wahrscheinlich. Einen großen Kamin haben wir da. Na geht ja voll ab. Ne? Da. Wo wir da Haustiere platzieren wahrscheinlich. Hier ist ja. Ekelgeier drum und so. Hey. Geier. Am Teppich. Glücksschnabel. Was ist das? Wie tut das? Feuerstelle. Schäferhase. Mitterlinge. Schäferhase. Mitterlinge. Eingang. Eingang. Okay. Hey. Im Garten. Mal Schmetterlinge rein. Fliegen. Ja. Ja. Ich muss da einrichten. Hehehe. Wenn die Viecher da rein tun. Ekelgeier. Da haben wir auch sie. Die kann da rumfliegen. Glücksschnabel. Einen Teich haben wir auch noch. Da haben wir eigentlich den grossen. Ja. Einen Dundfisch auch hier rein. Einen Dundfisch. Einen Dundfisch. Sushi Fisch. Schatten. Hier ist noch ein komischen Käfer. Ja. Ja gut. Jetzt wird schon beleidigt aus der Gebude. Jungen. Einen Dundfisch. So, wo starten wir nach? Oh, das gleiche wieder. Hallo. Du bist zurück. Best bekannt machen. Hoppala, das war die falsche Klappe. Ja, das war die falsche Erre. Das kann ja nicht springen. Hi. Willkommen auf der Himmelshaus. Stimmt nicht. Jetzt kannst du ja nicht mitspielen, ne? Was kann ich mitspielen? Die Wildturm Ödnis, oder? Wildturm Ödnis, die hab ich schon. Die hab ich schon gemacht. Ja, Wildturm Ödnis hab ich schon freigeschaltet. Ja, den hab ich nicht mal in die gewesen. Also meinst du wegen dem Diablo? Nein, nein, du denkst, der Buckel, Buckel. Was ist denn da, oder? Kann ich normal schon? Kann man. Nein, du denkst, der Buckel, 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 Buckel. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Da, 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 da... Warte, leih. Nehmen wir nur in 30. FB ist so... Oh, was kommt denn da an? Oh, wegschmeißen, was? Offen. Fasten. FB, gestalten. Das hier, meiner, jo. Was ist denn da also? Den gibt's nicht. Da hab's ja schon geschrieben. Achso, ja, ja. Ja, da ist ein schönes Bild, ein bisschen rosa. Ja, ich weiss ja. Habt ihr Geld bei dir, der Quest? Ja, hast du das schon bekannt gemacht? Ja. Achso, gar nichts hab ich nicht gesehen. Mein 3D ist wieder einmal da. Okay. Eindringend, nein, das geht nicht bei mir. Okay. Dein Jägerrang ist noch nicht hoch genug für diese Quest. Willkommen, willkommen. Eindringend in der Ödnis. Erjage einen Bucke, Bucke. Ich mein, was ist da dran jetzt so wild? Der ist stärker. Es ist gut, dich zu sehen. So, Kant geben. Ja, da ist er drin. Da ist er. Ja, mit Q-Chan. So, jetzt haben wir noch mit zwei noch. Ich weiß, bei der Letten. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Und das Upgraden, Upgraden. Ja, wenn du immer alles Upgradest. Hä? Dann wird es für jemand da ja. Oh ja. Lalalalalala. Lalalalalala. Heute Abend, The Forest. Hat eine Fragezeige geschickt. Da, Heli. Hier. Ich soll den Omi vorbeischauen, wie immer. Achso? Mh. 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 Da wird es normal. Jetzt geht es ja. Jetzt ist die Hitze nicht mehr so. Ah ja. Dann klebt das nicht mehr so. Genau. Da fachst du jetzt allein geschmissen. Die zwei fertig. So. Sehr schön. So, ich brauche einmal da. Sollte eine kurz. Sollte ein paar Trinken mitnehmen. Ja. Trank. So. Die Dinger auch noch. Die Gegengift-Dinger, ne? Das habe ich. Andere Zeug habe ich gar nicht mehr weg. Sollte. Das habe ich alles dabei. Das habe ich alles dabei. Sollte ein paar Karten oder was? Na. Aber einen Honig könnte ich mitnehmen, ne? Die die Heiltränke machen, kleiner. Zeit hätte. Ja. Ich weiß nicht, ob du die Zeit hast. 50 habe ich, ja. Mit den Zähnen. Honig hast du 50? Oder ich habe über 200. Was hast du aufgeführt? Ich habe den mal angebaut, ne? Achso. Und ich habe nicht umgetan und habe immer drinnen gehabt. Dann ist klar, ne? Wie gehen wir raus? Ein bisschen raufen. Juhuuu. Ich habe nicht gekommen, aber ich komme wieder ein paar gute Spülern, damit wir uns leichter machen. Und wir nichts tun müssen. Die haben schon ein Gas gegeben, wie es aussieht. Ich hätte es nicht geschafft alleine. Ja alleine ist das ja gar kein Auftrag. Alter. Das ist ja wie oft ich gestorben bin. Ich habe wahrscheinlich rumgeflucht und rumgeschmissen im Kontroller. Ja, das nicht. Aber geflucht habe ich genug. Ja. Weil du hast ja gar keine Chance. Er hat dich dann immer so gut wie dich im Emby. Das ist alles mitgegangen bei der Zora, ne? Du sollst das alleine aufhalten, nicht? Ganz Kanonen auffüllen und alles alleine. Das geht nicht. Aber den ganzen Tag wohnen sich gleich um die Ecken da. So. Unspuren. Anja. Ja. Ja. Die Anja ist scheiße. Ah, da ist er schon. Ja, ich habe ihn eh schon entdeckt. Er ist schon markiert. Ja, sonst haben wir ihn dort auch immer gefunden. Ja, jetzt wollte ich... Tja. Ich wollte angreifen. Was macht er? Ja, er hält ab. Das ist er. Ein feige Sau, hörst du. Ja. Auch schön, dass er keine Chance hat. Ja. Genau, das wird sein. Hahaha. Angst hat er. Vielleicht hat der andere gerufen, ne? Essen ist fertig. Jetzt ist er ins Nest geflogen. Ja. Ich glaube der andere ist weiblich, eh? Ja. Der macht's ihm. Sandwich. Und die eine ist mittendrin. Da. Wo rufst denn du hin? Ich habe keine Ahnung. Ohne ich gesehen. Äh... Da oben fliegt jeder andere. Ah, da die eine ja! Ja, die tut ja nichts. Für mich schon. Nicht auch für mich, ne? Für mich schon? Geste? Ja, weil der Mikke ist da rumgefahren. Na, was so? Was tut dann? Wird er sein Einhorn zackt oder was? Oh mein Gott! Ich bin nur vorbeikbar. Okay. Der Herbert fliegt schon. Auf wieder. Nein, nein. Tun 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 tun. Du... Botanik lernen. So, ich glaube ich bin bei der einen und dem anderen wieder. Ich bin ja komplett falsch jetzt gefahren, glaube ich. Oder? Da muss ich mal kurz schauen, wo bin ich denn überhaupt. Flieg denn hin jetzt? Ja, ist über... Bist du wieder falsch? Ist ja wieder ab? Ich teleportiere mich jetzt an deinem anderen Lager dahinter. Gehütze, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Also gestern habe ich auch nichts noch, siehst du. Chefkochmenü haben wir eine. Die Nährstoffe reinziehen. Die habe ich alles nicht noch vorbereitet, nein? Eigentlich muss ich nur geradeaus. So. Power up. So. So, ich bin, glaube ich, wenn wir das jetzt schon langsam tun. Mhm. Ah ja, jetzt muss ich erst wieder 40 Kilometer nach oben. So. Ist der auf überhaupt, oder? Nicht. Okay, versuche ich allein. Hoppla. Ui. Komma. So. Käferle. Wie sieht, der Rümping ist schon wieder alles vorbei. Wahrscheinlich. Wo sind denn die Käferle? Ich schicke mich in den Wald noch nicht. Ich weiß eh, wie er bei dem Nest war die ganze Zeit. Nein. Ich muss da durch den Dschungel heu. Ja, Herbert. Ich mach das schon. Ja, wo du kannst. Er fliegt schon wieder fort, glaube ich. Ja. Er ist schon wieder fortgeflogen. Super. Ich komm nicht so weh. Aber ich bin wahnsinnig. Was soll ich denn tun? Oh, was ist da? Wer redet denn da? Ah. Ist der Wimmel? Was? Ein Jäger. Hier. Bis dann. Ne? Hier ist der Vivianer. Bin ich da. Schau mal. Komm ich mal da zu mir. Hast du den schon gesehen? Jaja. Den kann ich schon. Da kriegst du was. Was? Ich glaub ich so einen Aufdruck hab ich gekriegt. Oder so von ihm. Du willst gar nicht aufpassen, was er rufen, ne? Oh naja, da geht's. Ein anderes Mal. Ja, da bin ich grad hergekommen. Die warten keine drüben. Ich würde tauchen. Super. Weil ich wieder war schon lang. Nei. Ob du einen Notsignal abgesehen hast? Nein. Ja. Schaut nicht so aus. Ich glaube? Nein, ist er wohl. Wisch? Ja. Aber ist wohl keiner mehr, wenn du was mit uns zu tun haben kannst. Ja, das Gute ist beim Notsignal, weißt du's nicht. Alter Schwede, hörst du denn da eh? Nein. Bis dann jetzt wieder. Der Honig? Auch jetzt. Jetzt krieg ich uro Honig, ne? Wenn ich mir was mitgenommen hab. Ja, ich kenn das. Wenn du's nicht brauchst, ist alles da. Alter. Wo bin ich denn überhaupt? Alter. Ich muss schlafen gehen oder so. Ja, bis wir wieder durch sind. Was ist jetzt wieder? Jetzt hört's wieder auf. Nein, bei mir geht's weiter. Ich muss wieder retour. Bei mir geht's gerade aus. Okay. Ich muss da jetzt her. Nein, nein, nein. Geht weiter, geht weiter. Ich war zu schnell. Eier. Eier. Da hab ich eh mal so angekommen bei dem Viech. Einmal kurz gesehen, ne? Der nebengehaut und dann... Da. Wo ist er denn jetzt? Jetzt muss ich wieder retour. Jetzt haben wir andere Viecher angekommen, ne? Und dann verschwinden die Käfer. Das ist das Geile, ne? Das ist immer ganz toll. Ah, ich glaub ich bin jetzt da bei ihm. Ich glaub ich... Ja, halt ihn fest. Da ist er, da ist er. Er frisst gerade. Da müssen wir kurz schauen. Ich hau das so ins Ohr geschlagen, Alter. Ich schwör. Es ist ja kein Dorf in der Nähe. Jawoll. Obwohl, das Erste müsste da unten irgendwas sein normalerweise. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich lauf einfach. Da. Ja. Ja. Da komm ich einfach nicht weg. Ich fliege. Boah. Da, wo ist er? Ja, steh auf, Alter. Ich weiss nicht. Ah, ich bin endlich da. Ah, sehr schön. Und wenn ich jetzt da bin, ne? Ist er gleich fort. Ich bin gelöscht. Da ist es gut, weil da ist Wasser. Ne? Wie hart am Ende. Ah, da geht. Wie geschwachen wir es. Das ist mein so schlechtes Platz, oder? Ja. Ja. Das war gut. Ich bin schnell auf die Schmerzen. Rapperl. Oh, oh. Ja, Alter, lass mich da vorbei. Ja, ich bin da weg. Wie ist das jetzt jetzt verdammt? Ist die Vanille gewesen? Geh mir da. Oh! Was ist denn da?! Wo ist denn das? Ja man. Lass eine hier nach. Das hat er in der Tatjone facility. Ja... Magie. Er ist bewusstlos, dass er guter bleibt. Das verstehe ich ja nicht. Das funktioniert so. Steh auf einen Schritt schneller, Alter. Es gibt's ja nicht. Du bist im Kaufen und bleibst einfach liegen und warte. Schau. Das ist ja nicht. Ich bin gleich hin. Ja. So, jetzt habe ich ihn unterfrischt. Schau. Sehr brav, sehr brav. Schau. 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 Aber gut erwischt. Jetzt haut er wieder ab. Ist er gekommen. Wo ist er jetzt? Ist er wieder fort? Ja, ist er. Das war nicht so schlecht jetzt. Ja. So ein Schwanzerl wird er bald verlieren. Wo fliegt er hin jetzt? Weit weg. Da. Ich warte mal. Ah, ist nicht so weit weg. Okay. Oh, mein. So ein Deaktivitätspunkt. Super. Jetzt da drüben essen wahrscheinlich, gell? Ich bin gleich hier. Da drüben. Da drüben Maschen ist es nicht. Ja. Rüben.